Boah, wieder Early-Tode, ich weiß nicht, dürfen wir nicht haben. Travelins raus, danach kommen neue Pools, dann Range Charge und dann Dax, Dax, Dax. T-Wer bleibt in der Mitte? Hier, alles wegflieren, alle helfen, alles wegflieren. Na da hab ich gerne in der Mitte. Alle helfen, alles wegflieren. Ich würde den noch einmal geben. Okay, jetzt reicht, 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 reicht. Ich geh gleich vom Boss weg, wenn der den Cast macht. Passt auf Curse auf. Okay, wunderbar. Hübschen nach außen? Jetzt muss nur einer überleben, weil die nächste Ulti überlebt. Ich nehm's mal von mir anders. Okay, dann lass ich grad auslaufen. Nicht so schlimm. Wir müssen jetzt gleich nochmal flirren, wir brauchen hier Backup-Rilber. Ja, wir müssen flirren. Neue Ducks kommen aber auch, aber hilf doch einmal mit. Wir brauchen nur einen für die nächste Ulti mit Combo. Das hier Mitte wieder, bitte. Es kommen noch Ducks, hilf Maximoff. Einen übrig lassen, einen übrig lassen, ganz wichtig. Tricky Display. Kurz ausnehmen. Nochmal spreaden. Ich hole dir hier noch. Hilf nochmal bitte, Teddy, hilf mal mit. Einer muss man übrig bleiben, nur einer. Noch sechs. Hol grad noch welche? Einer. Stopp, 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 stopp. Der nicht holen, bitte. Keiner mehr. Keiner mehr. Keiner machen. Das kommt mir nach außen. Das Völkert. Okay. Stopp, das war da. Den hat schon wieder... Ne, okay. Na, es ist ausgelaufen, aber ist nicht so schlimm. Wir kriegen gleich nochmal neue. Gleich wieder da reindippen, wunderbar. Achtung Frontal. Wir haben jetzt natürlich keine Ducks, um das jetzt zu clearen. Ist egal. Wir kommen jetzt neue. Für die nächste brauchen wir vier. Also das heißt, zehn Stück können weggecleared werden, drei Leute kommen voll clear, und den Rest hören wir erstmal. Und gibt einer an Tricky oder Curse weiter. Achtung Frontal. Ja, keine noch. Mark hast du? Ja, ja. Ja, direkt. Okay, ist doch nochmal neu, okay. Da könnte nochmal eventuell jemand mithelfen. Die bitte in der Mitte wieder lassen, wenn's geht. Genau, vier Stück brauchen wir insgesamt. Die beiden müssen ein bisschen aktiv aktivieren. Wer bleibt in der Mitte? Nichts mehr klären. Nichts mehr klären. Nichts mehr klären. Nichts mehr klären. Gleich. Das ist Ursache, musst du die machen, ja. Ja. Das ist aber die Combo, ne? Raus aus dem Boss gleich. Raus aus dem Boss gleich. Raus aus dem Boss. Raus aus dem Boss gleich. 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 Raus aus dem Boss. 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 Geht hier. Geht hier und lasst 3 in der Mitte. In der Mitte sind 2 und lass noch mal einer dann. Hallo ich hole. Und ihr? Das ziehst du mich? Ja. Drei Stück übrig lassen. Keiner holen. Obwohl wir können nochmal welcher. Aber die in der Mitte auf jeden Fall nicht clearn bitte. Lass die in der Mitte am Leben. Ich mein grad von Leatra du kannst deine auslaufen lassen einfach. Ist das Media oder Range? Range! 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 Wir müssen noch ein bisschen socken. Wir brauchen nur 3. Wir haben 11. Bleiben in der Mitte. Lass uns das machen. Lass uns das machen oder? Ja. Achso ich hab jetzt das gemacht. Verordnung du kannst noch holen ist okay. Geht ums gleich verbossen glaube ich. Gib mir. Es läuft aus. Ist wel tricky. Warte. Nein. Nimm mal schnell rein. Okay verpasst. Wir müssen jetzt auf den Ursack aufpassen. Weg von Ursack. Okay wunderbar. Und jetzt noch alles clearn. Alles clearn. Alles clearn. Einfach alles clearn. Letty gefallen. Cool danach von dir. Achtung fronte. Gleich. Alles gut. Alles gut. Ist jetzt okay. Ist jetzt okay erstmal. Lass mal eine übrig. Ihr könnt ja gerne noch mal ein paar clearn. Aber... Für die nächsten brauchen wir nur einen. Wir brauchen nur die Mitte Mitte. Wir machen nur Mitte Mitte. Lassen wir übrig. Der Rest kann weggesockt werden. Es kommen auch nochmal neue Ducks die beiden. Wir lassen den Bär in der Mitte. Niemals. Nicht die Mitte. Nicht die Mitte. Die Mitte. Immer auf die andere Seite. Okay. Lass dich komm mit. Bleib gleich. Ja. Ich komm mit. 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 Neue Ducks. Ja. Grad noch clearn. Komm nochmal neue Ducks. Wir brauchen immer noch einen. Der genau in der Mitte ist. Den nicht clearn. Genau. Mitte nicht clearn. Genau. Mitte nicht clearn. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Einfach chillen. Einfach auslaufen lassen. Nichts machen. Ihr müsst da gleich rein dippen. Lass dich auch mal weg. Oder? Ne. Ist okay. Geh du rein dann gleich. Und danach ist wieder der Range Charge mit der Barrier bitte. Ne? Kleine clearn. Entern. 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 Und dann Range Soak mit Barrier. Und dann ab dafür. Geht gleich. Jetzt clear ich gerade. Und danach können wir wieder clear. Super viele auf Pips noch. Sehr schön. Nichts machen. Nichts machen. Bei der nächsten Double Ulti müssen wir vier rubisch lassen. Können wir wieder clear. Jetzt können wir erstmal ein bisschen clearn. Vielleicht hilft ein Range mit. Kein Damage mehr auf Ruhe. Außen wieder. Mitte bitte lassen. Nehmen wir bekommen neue Ducks. Ein Moment. Wir bekommen neue Ducks. Alles gut. Alles gut. Ja. Vielleicht wegziehen oder so. Ja. Mach den Bär mal weg bitte. So keine Flaschen mehr. Lass die hier in der Mitte. Wir brauchen vier Stück. Wir brauchen vier Stück. Lass die alle in Ruhe. Wir kommen aber nochmal neue Pools. Sollte okay sein. Lass den Bär in Ruhe. Lass den Bär in Ruhe. Lass den Bär in Ruhe. Aber. Bergen am Pips. Wir können ein bisschen clearn. Wir brauchen vier Stück. Wir haben 15. We can park. Range Charge. range Charge. Zweck abd. Wir müssen mehr clearn. Wir müssen mehr clearn. Wir brauchen noch vier. Wir haben 10. Wir brauchen vier. Du musst gleich URSOC hinterlassen. Bitte nicht clear. Bitte nicht clear. Bitte. URSOC machen gut. URSOC bei 2 Millionen. passt auf ursock auf nicht bei ursock stehen ich kenne den jetzt einer zu mir nochmal kurz kommen ich bin ja ich bin ja ok er wird gestern weißt du die anderen einfach einfach vorlaufen ja komm 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 und schild ab sofort ja schild ab sofort rein bringt die um und erwin noch let's go nice sehr schön ey was